Heute gibt es News zu Adobe XD. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es darum, was Adobe XD Neues hat. Im Prinzip gibt es einige neue Funktionen. Der Link dazu ist unter dem Videobeschreibung, wo ihr alles nachlesen könnt. Aber wir gucken uns heute mal die in Klammern 5 coolsten Neuerungen an. Und vor allem zwei davon, die finde ich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich habe mich sehr darauf gefreut, seit in Amsterdam davon geredet wurde. Und naja, das werden wir uns heute angucken. Wenn ihr Fragen habt oder selbst irgendwie helfen wollt oder so etwas, unten in der Videobeschreibung, ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr draufklicken und öffnet den Community-Server. Dort könnt ihr Fragen stellen, Fragen beantworten oder einfach mal eine Runde mit Leuten derselben Gesinnung quatschen. Auf jeden Fall schaut vorbei. Ansonsten leer. Legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, das erste Feature, was wir uns hier angucken, ist relativ banal. Es ist nicht wirklich komplex. Es ist einfach hier in der Seite ein kleines neues Icon, nämlich dieses kleine Dreieck, mit dem wir Dreieck erzeugen können, statt Kreisen und Vierecken. Und natürlich können wir auch hier unten in den Einstellungen einfach hier beispielsweise 9 eingeben. Können hier dann, wups, müssen wir natürlich 9 und Enter. Da haben wir hier ein 9-Eck erzeugt. Können dann hier auch beispielsweise noch die, ja, die Kurvung der Ecken sagen. Also, wie stark die abgerundet sind und können einfach hier mit neue Elemente erzeugen. Es ist ein kleines Feature. Es ist nicht sonderlich schwer zu verstehen oder damit zu arbeiten. Aber es spart einem Arbeit, wenn man beispielsweise irgendwie Pentagons machen möchte oder so schöne Hexagon-Muster oder irgendetwas in der Richtung. Dann spart einem dieses Tool natürlich Zeit. Und deswegen ist es ganz praktisch, dass es hinzugekommen ist. So, das nächste Feature, was wir uns angucken, ist im Prinzip auch ein Feature, was sich viele gewünscht haben vom Adobe XD-Team. Und das wurde auch damals, als ich in Amsterdam war und mit dem Team von Adobe XD sprechen durfte, schon gesagt, dass es ein neues Feature geben wird, nämlich Hilfslinien. Was heißt, wenn ihr in eurer Ansicht hier oben, was ihr gerade schon gesehen habt, an die Kante geht, an die obere Kante eurer Zeichenfläche, könnt ihr euch einfach horizontale oder hier auch vertikale Zeichenflächen, also so Hilfslinien hinzuziehen. Viele haben sich das gewünscht. Ich persönlich muss sagen, ich nutze dieses Feature kaum. Ich finde hier Layout oder einfach Rasterkästchen, das man sich erstellen kann, deutlich ansprechender. Aber viele nutzen es. Ihr könnt natürlich die Hilfslinien dann auch einfach wieder, indem ihr sie anmarkiert, rüberziehen. Im Prinzip ist es genauso wie in Photoshop oder in bekannten Adobe-Programmen. Das Einzige, was nicht funktioniert, was ich ein bisschen eigenartig finde, ist, hier in der Seite, auf der rechten Seite und auf der unteren Seite, kann ich die nicht hinzuziehen. Das würde ich persönlich noch ergänzen, dass man nicht nur an einer Seite ist und hier oben, sondern wenn ich jetzt mit der Maus gerade hier bin und ich brauche hier ein Hilfslinien, dass ich auch einfach links rüber gehen, rechts rüber gehen kann und es mir reinziehe, das finde ich persönlich, ups, das wollte ich natürlich nicht, finde ich angenehmer, als wenn es nur an einer Seite geht. Aber es funktioniert jetzt, es ist implementiert und viele haben es sich gewünscht. Und ich kenne auch einige Leute, die dieses Feature unbedingt haben wollten. Weiteres Feature, was im Prinzip sehr, sehr praktisch ist, aber jetzt nicht die Welt bedeutet, ist, wir haben mehr Textfunktionen, wir können jetzt sagen Hallo, also wenn wir einfach T drücken oder wenn wir hier mit dem Textwerkzeug arbeiten, das Ganze mache ich jetzt mal groß, wir haben jetzt hier Hallo und wir haben jetzt hier im Prinzip einfach zusätzliche Werkzeuge, wie ich kann den Text groß machen, ich kann ihn klein machen, ich kann ihn normal machen, ich kann ihn unterstreichen und so weiter, so ein paar kleine Funktionen. Vor allem das mit dem Großmachen ist ein ganz praktisches Feature. Es ist so ein Button, der einem noch ein bisschen Arbeit abnimmt, aber es war jetzt auch nicht die Welt. Aber es ist ganz schön, dass jetzt Adobe XD auch endlich auf dem Level angekommen ist, dass die wichtigsten Funktionen drin sind. Allerdings fehlt hier auch noch einiges, wenn man sich beispielsweise Photoshop oder Illustrator anguckt. So, das nächste Feature, was wir uns angucken, ist im Prinzip finde ich das mächtigste Feature in Adobe XD, was seit langem hinzugekommen ist. Und zwar handelt es sich um ein Team-Kooperations-Sharing-Feature sozusagen. Es heißt, man kann jetzt Assets miteinander verknüpfen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt und warum das so endlich mächtig ist, wird euch entweder danach klar, aber ich werde es auch nochmal kurz erklären. Grundsätzlich haben wir hier auf der rechten Seite jetzt eine Datei. Das ist einfach eine Standarddatei, beispielsweise erzeugen wir uns jetzt hier drin einen kleinen Button. Den nenne ich jetzt einfach mal Button und sage hier, okay, das ist ein bisschen größer, schieben wir hier rein. So, was heißt, wir haben jetzt hier einen wunderbaren Button, dem geben wir jetzt noch eine Hintergrundfarbe, beispielsweise Rot, dem Text geben wir auch noch eine Farbe. Hier sagen wir, der Text ist weiß. So, jetzt haben wir einen Button, jetzt formatieren wir das Ganze noch schön in der Mitte, zack. Jetzt drücken wir STRG-K, haben uns damit eine Komponente erzeugt, die könnt ihr hier unten in den Einstellungen öffnen, habt dann hier die Komponente. Wir können dann hier auch noch Doppelklick drauf machen, um beispielsweise die Farben hinzuzufügen oder auf den Text klicken, um die Zeichenflächen hinzuzufügen und haben hier ganz normal unser Asset-Browser erstellt. Und jetzt drücke ich einfach mal STRG-S und speichere das Ganze. Hier ist es ganz wichtig, dass das Ganze in der Cloud liegt. Was heißt, es muss in der Cloud liegen, wenn ihr das teilen wollt. Und hier sage ich jetzt einfach mal Video Demo. Okay, speichern. Stellt euch vor, ihr habt jetzt ein Dokument, dieses Dokument hier, wo für euer Projekt alle Bauteile drin liegen. Da liegen alle Texte drin, die ihr braucht, alle Farben, alle Arten von Buttons, Zeichen, irgendwelche kompletten Bausteine wie irgendwelche Personal Cards oder irgendwelche Menüs, Header, Footer und so weiter und so weiter. Das heißt, alle eure ganzen Bausteine eurer Plattform liegen hier in dem rechten Dokument. Ihr habt jetzt ein Team aus sechs oder sieben oder zwanzig Designern, die beispielsweise verschiedene Unterseiten, Kampagnen-Seiten, Produktseiten und sowas erstellen sollen. Und es ist natürlich nervig, wenn man jetzt irgendwie an dem Button was ändert, dann ist das online im CSS-Code schnell erledigt. Das einen CSS-Code ändere ich, fertig. Aber bei Design ist das so eine Sache. Ich kann jetzt im Prinzip hier reingehen, ein neues Dokument eröffnen und sagen, ich würde jetzt gerne unser Element-Browser öffnen. Das ist hier unten dieses kleine Icon, sage hier Assets verknüpfen. Hier sehe ich jetzt schon Video-Demo und ihr seht auch schon, hier ist unser Button. Da klicke ich jetzt drauf und habe das jetzt verknüpft. Ihr seht hier eine Seite, wenn ich da drüber gehe auf so einen kleinen Icon, es wird die neueste Version von Video-Demo verwendet. Was heißt, hier aus unserem Dokument. Wenn ich jetzt hier den Button, beispielsweise den Text, verändere, ich schiebe den jetzt mal hier so runter und drücke STRG-S. Also speichere nochmal ab. Dann habt ihr hier schon gesehen, wird in Echtzeit ein kleiner Hinweis abgefeuert. Und ich sehe hier, okay, wenn ich hier drüber gehe, steht da, klicken Sie zum Aktualisieren da drauf. Das heißt, ich kann entweder alle aktualisieren oder zum Beispiel nur diesen Button. Ich klicke jetzt mal hier drauf und er wird aktualisiert. Ich kann jetzt diesen Button hier beliebig oft verwenden. Ich kann mir beispielsweise hier auch noch so einen Kreis ziehen und sagen, der hat jetzt diese Farbe. Ich habe hier auch noch ein Rechteck. Der hat diese Farbe und so weiter. Und wenn ich jetzt in unserer Ausgangsdatei beispielsweise hier drauf klicke und den Farbton rot zu irgendwie so einem Blauton ändere und das Ganze abspeiche, dann kriege ich hier die Meldung, hey, es hat sich die Komponente geändert, es hat sich die Farbe geändert, ich möchte jetzt gerne alle aktualisieren. Und in eurem Dokument wird alles aktualisiert. Das ist einfach unendlich praktisch. Jeder von euch, der in Teams arbeitet, irgendwo in einer Werbeagentur, in einer Software-Schmiede oder so etwas, der wird wissen, das ist praktisch und das möchte ich in jedem Projekt. Und ich finde es schade, dass es jetzt gekommen ist, weil das war eines der Feature, was damals in Amsterdam im Prinzip, wo ich in Amsterdam war, gezeigt wurde. Und damals fand ich es schon unendlich praktisch. Und das Ganze hat noch einen kleinen weiteren Feature, den wir uns jetzt angucken. So, ich habe jetzt gerade einmal das andere Fenster geschlossen, weil wir brauchen jetzt nur noch ein Fenster und zwar geht es um Komponenten und Komponenten ist das hier unten. Komponenten gab es schon vorher, das waren einfach diese Symbole, hießen die, das heißt jetzt Komponenten und es verbirgt dahinter eine ganz neue Dimension. Das heißt, vorher war es so, ich konnte beliebig viele Elemente, wie jetzt auch, einfach hier rausziehen, wie Buttons oder Icon oder so etwas in der Richtung, aber ich hatte einige Probleme, die das Leben damit doch ganz schön schwer gemacht haben. Und zwar beispielsweise werden wir jetzt das hier mal rauslöschen und erstellen uns hier mal eine richtige Komponente. Und zwar sagen wir jetzt, okay, wir haben hier so einen Hintergrund, den schieben wir jetzt hier oben rein. Das wird jetzt unsere Head-Navigation. Unsere Head-Navigation auf der Seite sagen hier Menü. Okay, Menü kriegt eine andere Schrift. Ich mache das ein bisschen kleiner, schieben das hier oben hin. Das ist jetzt nicht die Welt. Machen wir mal zentriert. So, zack. Und hier drüben haben wir vielleicht später irgendwie ein Logo. Das zentrieren wir ebenfalls. Und haben jetzt hier unser Element. Das Ganze kopiere ich mir jetzt, mache wieder mit STRG-K mir eine Komponente daraus, nenne die jetzt einfach mal Header und habe jetzt Möglichkeiten. Und zwar, wenn ich hier drüber gehe, sehe ich hier oben ist ein so ein Zeichen, das ist ein großes Viereck. Und das bedeutet, das hier ist die Master-Komponente. Was heißt, wenn ich mir die hier jetzt reinziehe, dann sehen wir, hier sind alles nur Kreise an der Seite. Wenn ich hier näher heranscrolle, sieht man das noch deutlicher. Das heißt, hier hat man einfach drei Kreise. Und hier oben im Prinzip, wenn ich draufklicke, habe ich dieses Zeichen. Ich persönlich habe damit angefangen, diese Head-Komponenten irgendwo in dem Dokument oder im besten Fall in eurem Asset-Dokument zu lagern. Das heißt, ich lagere die immer direkt aus. Das heißt, die benutze ich eigentlich nie, sondern die liegen immer extern, die sind nicht an irgendein Zeichenboard gebunden. Und zwar nutze ich jetzt immer diese in Klammern Child-Komponenten. Und das hat den Grund, dass wenn ich jetzt beispielsweise hier in der Head-Komponente etwas ändere, seht ihr unten die Child-Komponente, Menü bewegt sich mit. Warte, ich muss das mal ein bisschen besser strukturieren. Ich zoome das mal hier so ein bisschen ran. Das machen wir mal zu. Das heißt, wenn ich jetzt hier drin etwas bearbeite, beispielsweise Menü, bewegt sich das wunderbar mit. Damit kann ich eine ganze Menge machen. Das ist praktisch. Aber das Schöne ist, was vorher, das ging ja vorher auch schon, was vorher problematisch ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich würde gerne genau in dieser Version Menü kleiner haben. Das heißt, ich will es jetzt kleiner ziehen. Und ihr seht, es geht. Das heißt, ich kann die Größe, die Farbe, die Ausrichtung, alles manipulieren, ohne dass es die Head-Komponente überschreibt oder andere Komponenten überschreibt. Das Schöne ist aber, wenn ich jetzt in der Head-Komponente beispielsweise die Farbe ändere, zu rot, verändert es sich hier unten auch. Wenn ich hier drin die Farbe allerdings manuell beispielsweise auf blau anpasse, bleibt es blau, obwohl es hier in der Head-Komponente verändert ist. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, verschiedene Symbole, also Komponenten, wie sie jetzt heißen, beliebig anzupassen, zu verändern und so weiter. Und das Schöne ist auch, wir können beispielsweise, indem wir auf dieses Icon hier klicken und jetzt ein Mobile-Screen hinzuziehen, sagen, okay, wir wollen jetzt unseren Header auch noch hier in dem Mobile-Screen haben. Und den wollen wir jetzt hier oben schön bündig. Und wir machen den jetzt beispielsweise klein. Was heißt, wir können jetzt unser Responsive Resize verwenden, indem wir dieselbe Komponente haben. Das heißt, ich kann jetzt hier reinklicken und sagen, ich möchte jetzt hier in Grauton und unser Responsive Resize verändert sich ebenfalls. Und diese Features finde ich unendlich praktisch. Es ist deutlich besser als beispielsweise die Symbole, die es vorher gab. Die waren sehr praktisch. Allerdings ist das hier eine ganz neue Stufe und wie ich finde, eine der besten Erneuerungen, also die DOBXD in der letzten Zeit rausgebracht hat. Und ich freue mich sehr oder ich blicke sehr stark darauf, was noch kommt, weil einige Punkte der Amsterdam-Präsentation sind leider noch nicht da. Und ich freue mich sehr darauf. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst auch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links, wie gesagt, zu Discord, aber auch zu Twitter, Facebook und so weiter. Schaut vorbei, sagt Hallo, stellt eure Fragen. Ich versuche immer gern zu helfen. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch einen Link zu Amazon Affiliate, wo ihr beispielsweise diesen Channel unterstützen könnt oder zu Patron. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Geечre Guru. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020